Am Nachmittag machen wir uns auf den Weg zu einem Kurzbesuch in das nicht weit entfernte Sirmione. Immer wieder beeindruckend ist Sirmione mit seiner Burg aus dem 13. Jahrhundert, die als Schutzburg errichtet wurde. Die Altstadt erreicht man über eine Zugbrücke. Die Pfarrkirche Santa Maria Maggiore ruft zum Gottesdienst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Zwei Euro, eine Kugel. Am Piazza Kartuschi beenden wir unseren kurzen Aufenthalt in Seremione.